Albert von Aachen war ein Kleriker aus der Umgebung der gleichnamigen Lieblingspfalz Karls des Großen. Um das Jahr 1101 verfasste er die einzige Chronik, die detailliert über den Volkskreuzzug der Armen genannten Vorläufer des ersten Kreuzzugs berichtet. Die Chronik steht heute noch in einer Kompilation zur Verfügung. Albert benutzte eine andere Chronik, die sogenannte Gestarr-Frenchorum, sowie mündliche Berichte von Teilnehmern und heute verschollene schriftliche Augenzeugenberichte. Dazu gehörte auch eine Chronik, die ein Begleiter des Herzogs und Kreuzfahrers Gottfried von Bouillon geschrieben haben dürfte. Der Herzog wiederum war Gefolgsmann des römisch-deutschen Kaisers Heinrich IV. Albert hob dessen Rolle stark hervor. Obwohl der Kaiser sich wegen seines Streites mit der Kirche während der Kreuzzugspropaganda eigentlich defensiv verhielt, Geschichte des ersten Kreuzzugs Übersetzt und eingeleitet von Hermann Hefele Zwei Bände Diederichs Jena 1923 Aktuelle lateinische Edition Nebstübersetzung ins Englische Historia Erosolimitana History of the Journey to Jerusalem Edited and translated by Susan B. Edgington Clarendon Press Oxford unter anderem 2007 ISBN 978-019-9204861 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 5 2 3